Aber nur ein bisschen. Okay, ich hab Seite 4 von irgendeinem komischen Logbuch gefunden. Äh, offensichtlich kann ich hier noch mehr Logbüchereinträge finden. Aber das ist auf jeden Fall neu, weil das Schiff kannte ich noch nicht. Also das Schiff war mir noch nicht bekannt. Was haben wir hier? Meter an der Totenbeschwörer. Stimmte, die Totenbeschwörer gab es ja schon vorhin im Spiel, zumindest als NPCs. Seid gegrüßt, Meister Methan. Was habt ihr hier entdeckt? Mächtige Geister suchen diese Ruinen heim. Ich war nicht stark genug, sie zu besiegen, aber ich konnte sie einsperren. Ich fürchte, der Kult, der die Region heimsucht, wird versuchen, sie für ihre lästerlichen Zwecke zu missbrauchen. Wenn ihr es wagt, könnt ihr versuchen, sie zur Ruhe zu betten. Aktiviert die Totems, um die Geister freizulassen und seid auf einen Kampf vorbereitet. Okay. Das kriegen wir hin, glaube ich. Könnt ihr ihre wütenden Stimmen hören? Es verbleiben noch immer einige von ihnen. Nur noch eins. Die Toten sind hinterlistig, Schwester. Vergesst das nicht. Die können hinterlistig sein, aber ich bin stärker als die Toten. Ihre Stimmen schwinden. Die Geister dieses Ortes beruhigen sich. Nun kann ich beginnen, sie zu befreien. Das Heulen der Geister lässt nach. Ihr habt ihnen Ruhe verschafft. Halt! Hört ihr das? Der Zirkel! Nicht mehr lange, gleich ist der Zirkel tot. Nämlich genau jetzt. Wir haben die Pläne des Zirkels vereitelt. Aber ich befürchte, sie werden noch andere, dunklere Mächte finden, derer sie sich bedienen können. Habt Dank. Und geht mit dem Segen Rathmars. Ja, gerne doch, Meister. Vor 20 Jahren ist mein Mentor den Mächten des Bösen gegenübergetreten und siegreich aus der Auseinandersetzung hervorgegangen. Ich werde seine Leistungen nie übertreffen können. Aber ich werde versuchen, die wütenden Mächte, die drohen, diese Welt zu zerreißen, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In der Nähe von Chaldeum sind die Geister ruhelos. Ich muss sie besänftigen. Ja, das hast du ja gut geschafft. Zumindest mit unserer Hilfe dann. Ich sollte mich spezialisieren. Ach ja, die will unbedingt eine Fähigkeit lernen. Kriegen wir hin. So, sobald hier die ganzen Gegner tot sind. Ziel ist zu weit entfernt für diese Fertigkeit. Aha. Es gibt tatsächlich eine Range bei dieser Fähigkeit. Interessant. Aber die ist eigentlich auch vernachlässig... Vernach... Vernachlässigbar? Gibt es das Wort? Ich glaube, ja. Ähm. Also, was machen wir hier? Äh, betören. Die Verzauberin betört einen Gegner und bringt ihn dazu, acht Sekunden lang für euch zu kämpfen. Nett. Löst eine Arkan-Explosion im Umkreis von acht Metern um den Gegner aus, die 410% Waffenschaden als Arkan-Schaden verursacht und alle Gegner in ihrem Wirkungsbereich zurückstößt. Das wird nützlich sein. Das wird nützlich sein. Vor allem, ich will mit der Quest weitermachen und lande jetzt hier in irgendwelchen komischen Ruinen die ganze Zeit. Hm. Weil es jetzt nicht so schlimm ist, aber... halt trotzdem irgendwie... Naja. Man kommt nicht wirklich voran hier gerade. Hm, 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 hm. Aber wir erkunden es trotzdem mal alles. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Nja. Diese schlangenartigen Dämonen sind Belial's bevorzugte Diener. Und er hat ihnen ein paar seiner Fähigkeiten in Bezug auf Scharfsinn und Illusionen gewährt. Täuscher tarnen sich mit der vertrauten Form der Begleiter und Freunde des Feindes und warten darauf, in einem günstigen Moment zuzuschlagen. Erst dann wird ihre wahre Form offenbart. Seht ihr den Feind dort drüben? Kommt, befreien wir das Land von ihm. Ja, machen wir mal. Dürfte nicht so schwierig sein. Oh, das war's schon. Na dann. Nicht alle gefährlichen Dämonen sind groß und imposant. Die Staubkobolde sind kaum größer als Kinder. Doch sie besitzen den Scharfsinn und den Blutdurst weit größerer Kreaturen. Sie suchen Schutz im Schatten und kommen nur dann hervor, wenn sich potenzielle Beute zu nah heranwagt. Dann schlagen sie aus dem Hinterhalt zu und lassen kaum mehr als Knochen zurück. Oh, das ist ja gut zu wissen. Sehr gut zu wissen sogar, aber nützt denen auch nicht viel, weil sie sterben trotzdem alle sauschnell. So. Ach ja. Ich muss übrigens sagen, auch jetzt im zweiten Akt finde ich, dass die Gegner teilweise doch relativ fix, äh, das zeitliche Segnen. Oh, ich muss meine Zauber üben, damit sie nicht mitten im Kampf versagen. Hören sie sich wirklich so seltsam an? Nur im Vergleich mit meinen. Hm. Naja, das eine ist Nekromantie und das andere ist... Keine Ahnung. Irgendwas? Ach, der ist ein Boss, glaube ich, hier. So. Boom, bada, boom, 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 weg mit dir. Nett. Ach ja. Igul der Wilde haben wir getötet. Fantastisch. Das Coole daran ist ja, dadurch, dass wir die Gegner so schnell töten, können wir natürlich auch mehr Gegner töten im kurzen Zeitraum. Das einzige Doofe dabei ist bloß... Das war irgendeine Art von magischem Gerät. Es muss zusammen mit seinem Meister zerstört worden sein. Was für ein magisches Gerät, wat? Was für ein magisches Gerät? Wovon sprichst du, Vibe? Oh. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den sieben Übeln, so wie ein Meister der Täuschung. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen, der mit dem dunklen Exil der großen Übeln unserer Welt der Sterblichen endete. Aha. Das Walrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft im ewigen Konflikt in den Ebenen des Wahnsinns, sowie die großen Übeln im dämonischen Bürgerkrieg besiegt hat. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen, haben wir wahrlich viel zu befürchten. Ach, pappadapapp, den machen wir einfach kalt. Der wird relativ wenig mit unserer Welt machen. Also, vielleicht kurzzeitig, ja, aber danach... Machen wir einfach aus wie einem Schaschlik. Dämonenschaschlik. Mh. Ist bestimmt lecker. Also, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Hm. Hättest zumindest keine... keine Nahrungsprobleme mehr, wenn du alle Dämonen einfach essen würdest. Und das ist irgendwie widerlich. Ähm. Also. So. Mal. Ich halte jetzt besser die Klappe einfach, dass es einfach... Das ist einfach nur Sturz, den ich gerade daherrede. Ähm. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Äh. Nein. Ist widerlich. Macht man nicht. Nein. Pfui. Aus. So. Ähm. Geht's eigentlich noch irgendwo weiter? Oder ist hier irgendwo mal ein Ende oder so? Das ist jetzt irgendwie... Das ist so trostlos hier gerade. Ah. Es geht noch weiter nach unten. Natürlich. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Dann Ebene 2. Ha. So. Ähm. Ja. Weg mit euch. Ungeziefer. Sterbt. Ähm. So. Da hinten eine schreibende Reflexion. Nehmen wir mit. Also wenn es so weiter geht hier. Dann sind wir noch in 8000 Jahren hier unterwegs. Das ist... Ein Golem. Äh. Goblin. Nicht Golem. Nein. Ich hasse es. Bleib stehen. Goblin. 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 Ich muss mich noch gedulden. Ja. Äh. Lass mich raus. So. Geil. Legendärer Schulterschutz. Was haben wir denn schönes? Ist das was sinnvolles? So. Plus 51 Intelligenz regeneriert 110 Leben pro Sekunde. Reduziert alle Ressourcenkosten um 5%. Euer Stadtportal wird nicht unterbrochen, wenn ihr Schaden erleidet. Zielsuchplatten. Geil. Nehme ich gerne mit. So. Was haben wir hier? Intelligenz. Bewegungsgeschwindigkeit. Haha. Upgraden. Schlechter. 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 Ähm. Ach ne. Wegen den 0,4% ist mir das nicht wert. Äh. Okay. Der Ring ist schlecht auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir den bei ihr hier unterbekommen. Ja. Dachte ich mir. So. Was ist das hier eigentlich? Logbuch der Blackrock. Seite 4. Da dachte ich immer, das Leben eines ersten Mards wäre aufregender. Vielleicht sollte ich mir von einer Bergbau-Expedition nicht allzu viel erhoffen. Seit wir Königshafen verlassen haben, gibt es für mich nichts besseres zu tun, als an Deck zu sitzen und den Seemännern beim Streiten zuzusehen. Okay. Na gut. Oh. Prächtige Truhe. Da ist schon die Truhe hier. Krass. Halt. Ui. Diamanten. Geil. So. Was haben wir hier? Intelligenz. Leben pro Treffer Zähigkeit. Weil Vitalität runter geht, aber es ist wurscht. Äh. Ein Hand. Okay. So. Leben haben wir 2712. Das reicht momentan ein bisschen zumindest. Also momentan ist es dann relativ wurscht. So. Ich mag das sehr. Wenn Bosse und Champions so schnell sterben. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass das auf den anderen Schwierigkeitsstufen dann noch genauso geht. Wenn man dann ein gutes Set hat und so weiter, dass man auch so zack, 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 durchruscht und fertig. Mein Meister wäre stolz. Geil. Stufe 25. Wenn das so weiter geht, dann haben wir in 800 Jahren Stufe 70. Das wäre super, weil dann können wir nämlich alle Fähigkeiten benutzen, die der Nekro zur Verfügung hat. Und dann geht es Ultra ab. Dann haben wir nämlich alles. Und natürlich kriegen wir auch die bessere Ausrüstung. Dann ist klar. Weil dann gibt es Stufe 70 Ausrüstung. Weil momentan ist das noch relativ low vom Equipment her. Das kann dann aber nur besser werden. So. Ich finde es übrigens sehr schön, wenn die Gegner gar nicht angreifen, sondern einfach alles... Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Sondern wenn die einfach alles über sich ergehen lassen und sich dann null verteidigen. Das ist nie verkehrt. Haaah. Komm, sterb. Weg mit euch. Sag mal. Blöde Spinnen. Warum fühlt ihr euch leer? Es gibt Teile von mir, die für mich verloren sind. Sie schweben am Rand meines Bewusstseins. Aha. Und was für Teile? Jetzt muss es schon genauer werden. War das eine Reisetasche hier noch? Nee. Ich dachte, das war eine Überreste von... Ach nee, hier ist Reisetasche noch. Diablo war der Jüngste der großen Übel. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten. Denn seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und korrumpiert hatte, wurde Diablos Essenz schließlich in einem Seelenstein gefangen. Und vor 20 Jahren in den unergründlichen Abyss verbannt. Reisebibliothek, sehr gut. Andariel war das einzige weibliche Übel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang. Verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie, Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen. Und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Ja. So, hallo. Es ist zu still. Meinst du? Wir sind hier sicher, seit die Kaiserliche Wache gekommen ist. Mhm. Wir sind hier sicher, seit die Kaiserliche Wache gekommen ist. Wenn ihr einen Ort braucht, um euer Lager aufzuschlagen, bis die Tore wieder geöffnet werden, ist Platz in unseren Kellern. Dort seid ihr sicher vor der Wüstennetze. Aha. Die Kaiserliche Wache wird uns schützen. Ja, dann. Wenn die Kaiserliche Wache das tut. Öffnet das Tor. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tor stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Okay. Da bist du. Mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Belial. Oder er will euch scheitern sehen. Nein! Er würde mich niemals verraten. Er schlagt sie! Ihr werdet es nie lernen. Tja. Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor uns Belial zu opfern. Eisenwölfe! Erober die Stadt zurück! Ja! Angriff! Ist manchmal die beste Verteidigung. Sehr gut. Ich frage mich, was mit meinem Sohn passiert ist. Ich frage mich, was mit meinem Sohn passiert ist. Tja. Die kaiserliche Wache ist von Dämonen infiltriert worden? Oder sind sie vielleicht alle Dämonen? Wahrscheinlich letzteres. Ist Magda nach Alkanus gegangen? Ja. Wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Dann werde ich mich unverzüglich auf den Weg machen. Okay. Was? Loyalitätskrux. Mhm. Ist aber schlechter. Oh, das ist cool. 1-2 Schaden. 73 Intelligenz. 71 Vitalität. Kritische Trefferschance um 1% erhöht. Wow. Da können wir richtig Gas geben jetzt. So. Äh. Intelligenz. Ach ja, die hatte ich ja schon. Habe ich gesagt, mache ich nicht, weil das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Dafür, dass die anderen Boni dann halt nach unten gehen. Okay. Gut zu wissen. Haben wir das auch alles. Es kann nicht mehr weit sein. Ach so. Euer Grab ruft nach euch. So. Ich wollte eigentlich in die Stadt zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. Weil ich würde keinmal ganz kurz die Sachen verkaufen. Hey, verehrte Dame. Ich habe ein paar neue Waren. Das ist übrigens cool, dass sie dann sagt, verehrte Dame. Das ist sehr cool, dass die... Dass die da wirklich eine Unterscheidung macht. So. Alles weg. Zack, 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 zack. So. Blutsplitter haben wir noch keine. Das sehe ich hier unten nämlich gerade Blutsplitter. So. Die Seite tun wir auch mal weg. Keine Ahnung, was ich mit der soll. Ach so. Den habe ich hier übrig gelassen. Der ist hier nochmal geflohen dann. So. Ähm. Ich sollte mich spezialisieren. Das muss, glaube ich, in meinem Sex-Apply liegen, dass die einfach sofort in die Luft fliegen. Dafür habe ich so lange geübt. Äh, zusätzlichen Schaden. So rum. So. Dann haben wir das. Sam-a-ra-ra-bing-dong-la-ma-da-ra-ding-dong-dam-ding-dong. Ähm. Einfach um irgendwelche komischen Beschwörungs- Äh, Zauber sprechen. Hilft der vielleicht. Hier drüben, bitte. Es bleibt nicht viel Zeit. Die Minenarbeiter, meine Freunde. Sind einer nach dem anderen verschwunden. Sie wurden von den Kultisten gefoltert oder versklavt. Nur ich blieb zurück. Und auch euch bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja. Doch es hat sich gelohnt. Ich habe das Monster befreit, das tief in der Höhle lauerte. Und dann die Kultisten hineingelockt. Bitte geht hinab. Stellt sicher, dass sie alle tot sind. Und tötet dieses Monster, bevor... Armer Kerl. Ich finde sie aber total krass, weil sie hat natürlich eine ganz andere Beziehung zum Tod. Also, ja, du verreckst halt jetzt auch. Also, der ist das relativ... Wir können es nicht länger kontrollieren. So. Ja. Ja. Okay. Das war... Relativ unspektakulär. Das war's schon? Ähm. Das war's? Was? Ach, hier, Aufzugshebel. Da ist noch was. Ähm. Ah ja. Ganz viel nichts. Ja, das hat sich gelohnt. Was? Das hat sich ja echt gelohnt hier einfach. Weißt du, den Gegner so zack, zack, zack. Tot. Kultisten. Tot. Von ihm geht das Licht der Seraphim aus. Er stammt von den hohen Himmeln. Ihr seid mit eurer Gefolgschaft wahrlich gesegnet. Ja, finde ich auch. Ja, okay. Dann haben wir mal ganz spektakulär die Mini hier gemacht. Das war ja... Hui. Respekt. Ein Hammer. Toll. Geil. Kann ich zwar nicht gebrauchen, aber wir haben wenigstens einen Hammer. Haben wir durchsch... Haben wir durchschlagende Argumente dann wenigstens, wenn uns jemand auf den Keks geht. So. Ich weiß, ich muss da runter. Ich gucke bloß hier, ob noch ein bisschen was da ist. Weil ich, wie gesagt... Es gibt vielleicht noch irgendwo Höhlen oder Gebiete oder sonst was, die man machen kann. Beziehungsweise wo noch irgendwelche Schätze dann zu holen sind. Ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber ich hätte es gern halt mir angeguckt. Vor allem hoffe ich immer, dass noch irgendwo Bossgegner sind. Dass wir gegen Bosse kämpfen. Wir müssen uns einer weiteren Prüfung stellen, meine Freundin. Wie das hier zum Beispiel. So. Aber die looten hier momentan noch nicht ganz so gute Sachen. Versault und verrottet. Ja, das tun sie auf jeden Fall. Bom. Zack. Oh, noch mehr Kultisten. Juhu. Massaker. Töten. 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 Alles kalt machen hier. Ach, ja. So. Auf nach Alkanus. Straße nach Alkanus. Sehr gut. Passend Teleporter. Activated. Zack. Ich finde den Blutgolem irgendwie auch cool. Ich benutze den bloß zu selten, weil ich keine Gelegenheit habe, den zu benutzen. Weil die Gegner alle so schnell verrecken gerade. Dass es keinen Sinn macht, da irgendwie Leichen anzuhäufen. Das macht dann bei späteren Gegnern, beziehungsweise vielleicht bei Magda und so weiter kann das durchaus Sinn machen. Weil man dann genügend Leichen drumherum hat, dass die ordentlich Damage kriegt. Also, wäre jetzt zumindest eine Theorie. Das Graf von Tal Rascha, als er von Helden getötet wurde. Ja. Der Duriel. Das Schlimme ist, wenn ich die ganze Story im Höhe nämlich wieder voll Bock Diablo 2 zu spielen. So. Die lassen wir aber nicht transformieren hier. So. Alle Leute... Endlich! Lasst diesen Ort hinter euch. Alle Leute befreien hier. Den Göttern sei Dank. Die Flüchtlinge erwarten euch in Caldeon. So. Ich dachte schon, ich würde nie gerettet. Es ist jetzt vorbei. Ganz ruhig. Wir retten euch alle. Zack. Zack, 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 zack. So, ich rette einfach alle. Es gibt nämlich ein Achievement. So. Schau. Irgendwie sind die Leute hier einfach aufhängen alles. Das ist schon... Es ist schon krass. Also, Diablo muss man sagen... Helft uns! Ihr könnt uns nicht hier zurücklassen! Oh, danke! Mögen eure Wunden schnell heilen, Freund. Hilfst beeindrucken! So, ich helfe euch allen. So, ich helfe auch den anderen hier noch. Hox. Ich kann euch nicht genug danken. Die Flüchtlinge erwarten euch in Caldeon. So. Waren hier unten auch noch Flüchtlinge? Ich weiß es nicht. Ja, hier waren auch Flüchtlinge. Es gibt nämlich ein Achievement, wenn man alle befreit. Held von Caldeon, glaube ich. Oder Held von Alkanus, glaube ich, kriegt man ein Achievement. Den Göttern sei Dank. Mögen eure Wunden schnell heilen, Freund. Das hätte ich gerne. Jetzt muss ich bloß gucken. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Hier haben wir alle Flüchtlinge. So will es nämlich, dass diese Quest-Dingens halt aufhört, wenn du alle acht, wenn du acht befreit hast. Halt, da war noch eine, oder? Ach nee, war eine Vase. So, hier ist niemand mehr drin. Die haben wir, glaube ich, alle befreit hier. Müssen wir in den anderen Keller noch runter. Ich weiß gar nicht, ob es das pro Held gibt oder pro Account an das Achievement. Das weiß ich nicht. Aber wir machen es einfach. Hier ist gar keine mehr drin. Schade, ich dachte, hier sind auch noch welche drin. Dann gibt es das Achievement hier leider nicht. Merk da, diese Heldin hat vor, dich in Alternus anzugreifen. Ich an deiner Stelle würde am Außenposten von Kazim einen Hinterhalt vorbereiten. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Du könntest genauso gut vorhaben, mich erneut zu enttäuschen und mich so zu zwingen, dich zu töten. Ich würde das sehr bedauern, aber dennoch. Ich glaube, ich könnte es übers Herz bringen. Hm, nett. Also muss echt sagen, die Bösewichte haben immer das, ähm, oder den, den Drang dazu, ihre Untergebenen einfach zu töten. Das ist irgendwie relativ ineffizient, wie ich finde, aber was soll's. Das ist ja nicht mein Ding, denn es ist ja ganz froh. Ich bin nur ganz froh, wenn sie sich selber umbringen, hab ich weniger zu tun. So. So, weg mit euch. So, da haben sie es geschafft, sich zu beschwören. Verdammt. Okay, zack, alles platt machen hier. Sehr schön. Haben wir noch irgendwelche Leute jetzt, irgendwelche Gefangenen, die wir befreien können, oder war's das hier? So, ciao. Du nervst. So, die sollten mich einfach fürchten, das reicht mir schon. So, ich beschwöre jetzt mal ein paar Magier noch. Haben wir ein bisschen mehr Angriffsstärke hier. Was wir nicht brauchen, aber dann kriegen wir die Horten hier schneller platt. Ähm. Hallo. Ah. Jetzt die Leichen explodiert. Da wollten gerade echt die Leichen nicht explodieren. Warum auch immer. So. Alkanus, das ist wirklich ein Riesengemetzel, was die hier veranstaltet haben. Was könnte den Zirkel zu solch blinder Grausamkeit treiben? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich ein Riesengemetzel. Untertitelung des ZDF, 2020